Jeden Tag fahren Millionen Menschen mit Bus und Bahn. Zur Arbeit, in die Schule, zum Ausbildungsplatz und natürlich auch zu Freizeitaktivitäten. Dafür wünschen sich die Fahrgäste leistungsstarker Verkehrsangeboten. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 bietet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr rund 7,8 Millionen Einwohnern im Verbundraum einen vielfältigen öffentlichen Personennahverkehr. Jedes Jahr werden ca. 1,1 Milliarden Fahrten absolviert. Dazu legen alle Fahrzeuge im VRR eine Gesamtstrecke von 279 Millionen Kilometern zurück. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen, außerdem noch Nahverkehrszüge. Mit mehr als 13.500 Haltestellen und Bahnhöfen im Verbundraum ist der VRR für alle Fahrgäste gut erreichbar. Der VRR und die Verkehrsunternehmen sorgen so für die Mobilität einer ganzen Region. Außerdem ist der VRR hoheitlicher Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr. Wir haben uns da als Ziel gesetzt, einen attraktiven Nahverkehr für die Kunden zu erbringen. Der VRR als Aufgabenträger plant, organisiert und schreibt die Leistungen für S-Bahn, RE und RB Züge aus. Mit dem Ziel, das wirtschaftlichste Ergebnis mit dem besten Unternehmen und neuen Fahrzeugen zu gewinnen. Auf diese Art und Weise ist es uns gelungen, für die Kunden ein attraktives Angebot zu schaffen. Der Rhein-Ruhr-Express ist eines der größten Infrastruktur- und Nahverkehrsprojekte in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik. Im Gegensatz zu sonst schreiben wir die Fahrzeuge separat aus und verpflichten die Hersteller, für 30 Jahre die Wartung zu übernehmen. Wir versprechen uns dadurch eine insgesamt höhere Fahrzeugqualität und damit eine deutliche Verbesserung für den Kunden, einschließlich der Tatsache, dass wir dann zukünftig im 15-Minuten-Takt fahren wollen. Als Bewilligungsbehörde für Fördermittel des Landes NRW arbeitet der VRR am Erhalt und Ausbau der Infrastruktur mit. Das bedeutet, dass er die Investitionen der öffentlichen Hand in den Nahverkehr prüft, bewilligt und die Umsetzung des Vorhabens begleitet. Der zweite große Aufgabenbereich sind die Verbundaufgaben. Dazu zählen nicht nur Tarif und Vertrieb, Marketing und Kundeninformation, sondern auch Finanzierung und Einnahmeaufteilung. Im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft gehört außerdem der Ausbau von informationstechnischen Lösungen dazu. Die Digitalisierung bedeutet für den VR die große Chance, den Kundenservice zu verbessern. Wir möchten mit den Verkehrsunternehmen den Bereich Information, Kommunikation und Tarif in einheitliche Benutzeroberflächen integrieren. Das bedeutet für unseren Bestandkunden eine Verbesserung im Zugang und vor allem auch für den Neukunden die Reduktion der Barrieren. Um diese Aufgaben auch im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft effizient bewältigen zu können, setzt der Verkehrsverbund auf ständige Erneuerung. Parallel zu den bisherigen Nachverkehrstarifen im VR entwickeln wir einen E-Tarif mit den Verkehrsunternehmen. Dieser E-Tarif richtet sich speziell an Gelegenheitskunden. Der Kunde muss ausschließlich noch Start- und Zielortwissen, den Rest erledigen, die Systeme im Hintergrund. Es wird automatisch nutzungsabhängig abgerechnet. Der Kunde kann perspektivisch selbst entscheiden, welchen Tarif er wählt. Dabei verfolgen die Verkehrsunternehmen und der VRR ein gemeinsames Ziel, sich ständig weiterzuentwickeln und immer die Bedürfnisse der Fahrgäste im Blick zu behalten. So sichert der Verkehrsverbund nachhaltig die Qualität seiner Leistungen. Dazu gehört auch, dass wir Sie ständig über unsere Angebote und Leistungen auf dem Laufenden halten. Schauen Sie sich doch beispielsweise mal unsere Filme über die verschiedenen Tickets und Preisstufen oder über vernetzte Mobilität an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017